So. Gut. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Hey, wir haben Wohlwollen und Investitionen in Japan hingekriegt. Das ist schön. Wir könnten tatsächlich dann demnächst überlegen. Japan vielleicht nochmal, weil Japan ist blocklos. Wenn mich das nicht täuscht. Ach, wir brauchen mehr als 120 Beziehungen. Da könnten wir darauf hinarbeiten, indem wir jetzt eine positive Aktion Diplomatische Mission machen. Romy, wollen wir das vorbereiten? Klar. Okay. 75 Prozent. Wir könnten Investitionspunkte... Wir könnten sowohl Wohlwollen als Investitionspunkte und wir haben 90 Prozent, dass das klappt. Plus 40 für ein Jahr. Ja, das finde ich gut. Okay. Dann machen wir das mal. Und wir machen mal... Ein weiterer Schritt zum großen Puffseck quasi. Ja. Wie war das? Die pazifische Union freiheitsliebender... Ne, was war's? Ja, freiheitsliebender... Wofür war das zweite F? Während ich im Chat scrolle, scrolle ich auch im Spiel immer näher rein. Also, freiheitsliebender Freunde. Ja. Oha. Freunde. Ähm. Einladung zum Begräbnis. Mit Beerdigungen hatten wir in diesem Spiel wenig Glück. Äh. Unsere Verbündeten haben uns zum Staatsbegräbnis ihres Staatsoberhauptes eingeladen, der nach langer Krankheit verstorben ist. Die Höflichkeit gebietet ihre Anwesenheit. In Jamaika. Ich werde selbstverständlich da sein. Ich gehe hin. Das ist eine gute Gelegenheit, um sich mit wichtigen Leuten zu besprechen. Oh, nee. Ich glaube, wir haben einmal auf den Sack gekriegt mit, ich gehe dahin, es ist eine gute Gelegenheit, um sich mit wichtigen Leuten zu besprechen. Äh. Sind dann negativ deswegen aufgefallen. Ich würde sagen, ich werde selbstverständlich da hingehen. Oder meinst du, wir sollten das... Ja, na klar. Also, es geht nach Jamaika, warum sollten wir das nicht tun? Stimmt. Also, ich... Selbstverständlich. Weißt du nachher, sonst ist das das letzte Mal passiert, wo... Ich glaube, dass irgendein Staatsoberhaupt, ich glaube von Kanada, also von irgendeinem anderen Land gestorben ist auf jeden Fall. Das ist halt dummerweise auch genau wie wir die Queen als Staatsoberhaupt hatte. Ja. Das war irgendwie auch so ein bisschen so ein Logikfehler im Spiel. Ja. Genau. Cool Runnings im Chat. Das geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bob-Mannschaft. Ja. Okay, ich werde selbstverständlich da sein. So. Diplomatische Aktionen, diplomatische Missionen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt und wir kriegen sogar noch Wohlwollenspunkte. Das ist super. Ähm... Nur alte Säcke her. Nein. Wir sind doch alle gar nicht so alt. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Ja, und wir müssen ja auch niemanden wegen seines Alters diskriminieren. Nee. In keine Richtung. Ah, und jetzt geht's schon wieder los. Rechtsextreme Gruppierungen werden immer beliebter. Wir konnten in jüngster Zeit einen enormen Zuwachs der Mitgliederzahlen rechtsextremer Gruppierungen in unserem Land ausmachen. Es wird Zeit. Uiuiui. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Faschismus hierzulande Fuß fassen kann. Lancieren wir entsprechende Kriegenpropaganda. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Faschismus hierzulande Fuß fassen kann. Verbieten wir deren Aktivitäten. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Faschismus hierzulande Fuß fassen kann. Verbieten wir deren Aktivitäten und lancieren wir Gegenpropaganda. Äh... Es ist bestimmt nur ein vorübergehender Trend unter den jungen Leuten. Kein Grund zur Sorge. Es gibt so Sachen, da verstehe ich ganz persönlich wenig Spaß und, ähm, Verbreitung von faschistoidem Gedankengut gehört halt irgendwie dazu. Und insofern bin ich sehr für Verbieten und Gegenpropaganda. Ich auch. Kein, keine, äh, Toleranz der Intoleranz. Jo. Karl Popper und so. Äh, der, die Wortwahl und so, wir haben darüber schon mal gesprochen, ist halt auch wirklich doof. Aber wenn es, äh, um Faschismus geht, bin ich hier auch voll mit dabei. Und wähle das jetzt aus. Ja, da, da will ich auch an der Stelle keine Spitzfindigkeiten, muss ich dazu sagen. Okay. Äh, Libyen. Interessant. Irgendjemand spielt hier nicht fair. Wir haben einen Hinweis bekommen, dass, ähm, einer unserer Mitstreiter im Spendenapplungsereignis plant, ein Mitglied des Komitees zu bestechen. Wenn das wahr ist und er damit erfolgreich ist, erlangt er damit zweifellos einen Vorteil gegenüber uns und den anderen Teilnehmern. Sollen wir ihn beschuldigen und damit an die Öffentlichkeit gehen? Wir müssen unseren, unsere Agenten entsenden und Beweise finden, wenn wir irgendwas damit erreichen wollen. Das ist wieder diese Geschichte mit dem Mietagenten, obwohl wir keinen Agenten haben, ne? Also wir werden hier mit einem Agenten mieten für Geld und AP und Beziehungen gegen Libyen, minus 15, oder lassen wir es bleiben? Ich würde sagen, ähm, wir lassen es bleiben. Hm. Also wenn wir dann vielleicht Platz 2 werden, dann kriegen wir anstatt 150 Punkten 100 Siegespunkte in diesem Wettstreit um Spendensammlungsereignis. Damit kann ich auch leben. Äh, dafür würde ich nicht so viel AP und Geld raushauen. Obwohl wir von beidem hätten. Ja, wie zuverlässig ist der Hinweis, ist eine gute Frage, Pasek. Ja. Ähm. Ja, also ich bin auch gerade irgendwie bei, lassen wir es bleiben. Also, wir können jetzt auch sagen, wir haben da jetzt schon so viel Geld reingebuttert, jetzt lasse uns das damit beenden. Und versuchen wir es. Aber es muss auch nicht. Ne, finde ich auch nicht. Nachher haben wir Unrecht und, äh, stehen dann doof da. Mhm. Also, lassen wir es bleiben. Ja, äh, wir sind immer noch in diesem Dings, wir sind jetzt auf Rang 2. Man kann halt leider nicht sehen, wer auf Rang 1 ist. Wenn es Libyen ist, naja, dann haben sie halt bestochen. Was ist hier oben passiert? Montenegro hat sich dem Block Bulgarien angeschlossen. Ja, und Pakistan kriegt immer noch auf den Sack. Ja, wir sind Ende März 2029. Äh, das ist, äh, schon ganz gut. Und unser, äh, BEP-Wachstum ist schon wieder so ein bisschen, wir können mal gerade auf die Wirtschaft gucken. Die Weltwirtschaft geht wieder hoch. Ist nicht ganz so schlimm eingebrochen wie davor. Wir sind immer noch auf dem guten Weg. Ich finde, wir sind trotzdem gut durchgekommen. Wir hatten ja auch die BEP-Einbußen aufgrund der Inflation und unserer Gegenmaßnahmen. Auch für eine Zeit. Und dafür war das gerade gar nicht schlecht. Ja. Wäre das bei Democracy doch auch so entspannt gelaufen. Ja. Das hängt mir immer noch ein bisschen nach. Mhm. Mir auch. Definitiv. Ich glaube da... Ah. Beitrag zur Spendensammlung. Ähm, ja, da nehmen wir wieder den höchsten, ne? Na klar. Wir haben das Geld. So, jetzt machen wir gerade Pause. Ähm, Block-Aktivitäten. Wir können wieder... Ich würde beides machen. Resources und, äh, AP. Ne? Ja. Also, Resources. Wir haben genug Investitionspunkte. Und... Wir haben noch einen Wohlwollenspunkt. Den würde ich bei den AP ausgeben und nicht bei den Ressourcen. Ja. Ja. So. Und Pasek fragt ja auch, ob, ähm, ob in dem Falle hier es auch Atomwaffen gibt. Ähm... Ja. Am Beispiel jetzt, äh, Pakistan, weil es ja eines der Länder auf der Welt ist, die über Atomwaffen verfügen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sich diese Kriegssimulation hier generell ausgestaltet. Dafür müssten wir wahrscheinlich in Krieg führen. Ähm, was man entwickeln kann, muss, sollte, ob es da irgendwas gibt. Ja, hier oben ist ja eine extra Raketenanzahl mit konventionellen und atomaren Raketen. Also, das wird extra extra getrackt, weil ich, äh, jetzt ist gerade, äh, Ask for Governmental Assistance in Australien war erfolgreich, Ask for Resources war erfolgreich. Das ist sehr schön. Nochmal Pause. Wenn ich da draufgehe... Achso, keine, keine Raketen verfügbar. Ja. Okay. Wir haben halt keine, weder eine konventionelle noch, äh, ähm, atomare. Aber das ist... Und ich weiß... Wesentlicher Teil des Spiels auch, ja. 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 Und ich weiß jetzt auch, wir sind ja, wir sind ja, wir sind relativ am Anfang des Spiels. Ich weiß nicht, ob die anderen Staaten in der Simulation quasi genau wie wir mehr oder weniger bei Null anfangen, bis dann irgendwann die Atomwaffe entwickelt ist. Ähm, also könnte es sein, dass die anderen die auch noch nicht entwickelt haben, aber da ich nicht weiß, ob die auch bei Null angefangen haben, kann es auch sein, dass sie die schon haben im Spiel. Genau. Nebenbei ist unsere Forschungsexpedition umgesetzt. Jetzt kommen wir Komponentenproduktion für die Wasserbesiedlung, äh, wäre das nächste, das jetzt 4000 AP kostet. Da sind wir noch nicht, aber das behalte ich mal im Hinterkopf. Äh, auf jeden Fall. Ja. Wir haben jetzt gerade wieder von Australien was gekriegt. Und das hier steigt, weil unser IME steigt. Und moderne Wasseraufbereitungsanlagen sind wir gleich mit durch. Das gibt wieder einen Boost hier rauf und dann wahrscheinlich auf AP. Yeah. Moderne Wasseraufbereitungsanlagen. Und da machen wir jetzt weiter. Äh, das war Infrastruktur. Mhm. Nee, grundlegende Infrastruktur. Ja. Ah, okay. Warte. Genau. Und damit sind wir bei nationale Wassergesellschaften, die uns ermöglichen, die schwimmenden Städte zu bauen. Gibt uns IME plus ein. Und das ist echt cool. Das heißt, unsere Arbeitslosigkeit sinkt noch stärker. Ähm, wir müssen vier Metall geben für den Unterhalt. Das gibt uns in den einstelligen Plus-Bereich. Aber, ja, wir können endlich was mit unserem Bauplatz anfangen. Genau. Genau. Ja, also. Und wir haben ja auch wirklich kein Gerd-Problem. Nee. Wenn wir ab und zu mal wieder Rohstoffe einkaufen müssen, dann ist auch so. Ja, genau. Und das ist jetzt noch nicht so oft passiert. Und tatsächlich können wir ja auch unseren Block-Partner fragen. Und auf kurz oder lang ist es jetzt ja auch so, dass wir Japan eventuell wieder mit in den Block holen. Das heißt, wir kriegen vielleicht hier ein Minus auf Metalle. Oh, unsere AP sind wieder ein bisschen zurückgegangen. Hm. Aber wir sind im dreistelligen Positiven. Also das ist... Rechtsextreme zurückgedrängt. Unsere Anstrengungen, den Zulauf der Menschen in rechtsextremen Sphäre zu verhindern, waren erfolgreich. Äh, nun gut. Nutzen wir die aktuelle Strömung und werben wir für die Linke? Das ist mir zu doll Hufeisen. Ähm, großartig. Trotzdem sollten wir die Verbreiter rechtsextremer Ideologie einsperren. Nur für den Fall. Ja. Jetzt kommen wir auch wieder in so eine grundsätzliche Debatte. Also wenn man tatsächlich diesen Menschen nachweisen kann, dass sie aktiv daran arbeiten, die Verfassung unserer Demokratie außer Gefecht zu setzen. Dann... Und es dafür einen Rechtsrahmen gibt. Ja. Aber alles andere verfällt halt unter Meinungsfreiheit. Dann kann... Die gefällt mir nicht. Und dafür gibt es keinen Applaus. Und dafür gibt es im Idealfall eben auch verbalen Gegenwind. Ähm, aber... Also in meinem Idealfall, das kann jeder anderen überhalten, wie er oder sie möchte. Und insofern wäre ich jetzt bei ihm nun gut, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Also wir haben jetzt das gemacht, was der Rechtsrahmen hergibt. Wir haben geguckt, dass wir dort nochmal gesellschaftlich reingehen. Für die Linke werben ist ja Quatsch. Also es geht ja nicht darum, ob jemand eher rechtsorientiert oder eher linksorientiert ist. Sondern es geht darum, dass es eine Bestrebung gab, die Demokratie auszuhöhlen und zu beenden. Ja. Und da ist mir das an der Stelle auch egal. Ähm... Und das Letzte fällt für mich auch aus. Insofern wäre ich jetzt bei nun gut. Und Rasengras wirft ja nochmal Wikipedia ein. Ähm... Ja, Behörden. Das ist auch... Ja. Viele Behörden sind Hufschmiede. Naja, denn das ist ja nochmal... Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Debatte. Wie erfolgreich oder wenig erfolgreich bestimmte Behörden im Kampf gegen Rechtsextremismus sind. Die Debatte würde ich auch ehrlich gesagt um vier Minuten vor Mitternacht nicht aufmachen wollen. Worum es hier aber... Was aber für mich der entscheidende Punkt ist, wir haben dafür einen Rechtsrahmen. Und der definiert das. Und alles andere ist meine persönliche Definition und meine Vorstellung davon. Das bin ja ich. Also das, was für mich noch unter okay läuft, ist für jemanden anders schon super krass. Und andersrum ja auch. Insofern bin ich da tatsächlich bei dieser staatlichen Definition. Und alles andere ist mein persönliches Ding. Will ich nicht, will ich nicht. Aber das ist halt eine Demokratie. Hm. Okay, nun gut. Habe ich jetzt angeklickt. Bin ich auch total bei dir. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Sehr schön. Wir haben wieder Wohlwollenspunkte. Großartig. Und... Ja, okay. Aktionspunkte. Ja, so mittel. Und die nächste... Programm zur wirtschaftlichen Gleichwertigkeit. Blockintegration wird demnächst umgesetzt sein. Und hier oben haben wir noch einen Krieg. Also erstmal Lesotho ist in die Regelung von Nigeria eingetreten. Und... Vereinigte Staaten von Amerika gegen Kuba. Hui. Hui. Ja. Okay. Diplomatische Aktion Investitionen wurden erfolgreich in Australien umgesetzt. Sehr, sehr schön. Und jetzt sind wir gleich mit dem Projekt, dem nächsten Programm zur wirtschaftlichen Gleichwertigkeit wurde umgesetzt. Das heißt, wir haben wieder... Wir können uns nochmal mit dem Block... Blockintegration befassen. Und das hat uns einiges gebracht. Nein, 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 nein. Ich möchte das nicht verwerfen. Einheitliches Steuergesetz gibt nochmal wirtschaftliche Integration. Oh, die heilige Kuh. Es ist... Also kann man in der Europäischen Union ja auch ganz gut sehen. Also da hat ja jeder Staat nach wie vor seine eigene Steuergesetzgebung. Das ist nationale Hoheit. Gleichzeitig haben wir in Teilen der Europäischen Union eine gemeinsame Währung. Was... Naja, Wirtschaft und Finanzpolitik hängt halt dann schon irgendwie zusammen. Also insofern ist das schon total verrückt. Aber warum nicht? Unsere Steuereinnahmen steigen. Die Blockintegration wollen wir. Und das Bruttoinlandsprodukt innerhalb des Blocks wächst auch. Also es ist im Sinne unseres Spiels ist das, glaube ich, voll im Interesse. Ja. Also würde ich sagen, nehmen wir das. Und die Projekt Nationale Wassergesellschaften. Da werden wir auch einiges an AP-Kosten für brauchen. Wann können wir denn wieder? Jeweils in 20 Tagen. Und positive Aktionen. Das dauert länger. Jeweils in 20 Tagen können wir nerven für AP und für Metalle. Ich kann ja mal gerade, während die Zeit weiterläuft, ein bisschen gucken. Wenn wir auf gesellschaftlich klicken und hier schwimmende Stadt. Wir brauchen 2000 AP. 200 Metall, die haben wir. Gebäudeunterhalt. 5 Metall, 20 AP, 3 seltene Erden, 5 Brennstoffe. Das ist schon eine Sache. Ja, aber haben wir. Genau. Umweltzerstörungsmodifikator, Bevölkerungswachstum wird halt angekurbelt. Da sind wir bald. Und ich bin mal gespannt, was wir brauchen, um das aufzuwerten. Dann werden die Boni sicherlich noch besser. Ich dachte jetzt, wir brauchen mehr Metall. Aber das geht ja tatsächlich. Für diese Geschichte. Aber ja. Dauert noch 164 Tage. Bis wir das haben. Aber das ist dann... Wir haben dann endlich was für einen Bauplatz. Ich finde, das ist schon... Oh, ein Krieg ist gerade weggegangen. Pakistan gegen Indien ist, glaube ich, vorbei. Pakistan gegen Iran ist immer noch am Start. Was habe ich denn jetzt gedrückt? Ah, ich habe E gedrückt. E ist wahrscheinlich für Environment und zeigt mir Umwelt. Und nur in Pakistan, da wo andauernd Krieg geführt wird, gibt es anscheinend bleibende Umweltschäden. Internationale Konferenz. Es wurde eingeladen, an einer internationalen Konferenz teilzunehmen, die den Anwesenden die Gelegenheit zur Eigenwerbung und Selbstrepräsentation geben soll. Interesse? Ja. Demonstrieren wir der Welt unsere Macht. Wir könnten ein paar neue Freunde finden. Oder tut mir leid, an diesem Tag spiele ich Tennis. Also grundsätzlich finde ich das schon gut. Dieses mit dem, wir zeigen der Welt unsere Macht, da locken mich eigentlich gerade nur die 50 Siegespunkte. Alles andere irgendwie nicht. Und ansonsten wäre ich, ja komm, lass uns ein paar neue Freunde finden. Wir wollten doch eh schon diese schräge Pizza essen. Ja. Bist du auch dafür, dem zu tun? Bin ich total für. Das hat richtig gehört. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, unser BEP-Wachstum ist zurück bei 0,2%. Also ich glaube auch, das Jahr ist vorbei. Ähm, dass diese, die, dass wir diesen Malus hatten. Wie sieht es jetzt mit der Weltwirtschaft gerade aus? Ja, Weltwirtschaft steigt gerade. Ähm, aber um sehr viel geringeren Faktor als unser BEP wächst. Und wir sind bald bei 85 Index menschlicher Entwicklung. Und das ist eine Siegesbedingung für, für Technologie-Sieg. Total gut. Ja. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn die Weltwirtschaft so nach oben geht und unser Bruttoinlandsprodukt so steigt, ähm, dass wir dann auch so ein bisschen anfangen könnten, Auslandsinvestitionen zu machen. Damit unser Geld im Fluss bleibt, sozusagen international. Weil ansonsten haben wir wieder dieses Inflationsproblem. Ja. Hier ist wieder die Spendensammlung. Das ist die letzte Dings. Und da gehen wir, äh, beenden wir das mit Stil. Da gehen wir volles Matt rein. Wo sind wir gerade? Wir sind Platz 1. Na super. Dann geben wir nochmal 1000. Mhm. Und gucken, was am Ende rauskommt. Sehr gut. Wie lange geht eigentlich, sind eigentlich die zwei Jahre? Wir sind noch am Laufen für die Aufgabe. Das ist eine gute... Ich glaube, wir haben das, wir haben das, äh, 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 2028 erst bekommen. Äh, also das wird noch eine Weile laufen. Pakete sind bereit. Die Sammlung für die Opfer des Krieges ist nun versandbereit. Hoffentlich erreichten diese Pakete ihr Ziel, ehe es zu spät ist. Gut zu wissen. Spendensammlung zugunsten der Opfer der andauernden Kriege auf der Welt. Pakistan. Ähm, wir sind Platz 1 Neuseeland. Wir haben Kriegstreiber-Modifikator minus 25 für ein Jahr lang. Und wir haben 150 Punkte bekommen. Für ein paar Geld, ähm, finde ich das, äh, super. Super. Zweiter Platz ist Libyen und dritter ist Nicaragua. Interessant. Ich finde es total verrückt, dass irgendwie Staaten bei den Spendenrunden mitmachen, die an sich jetzt wirtschaftlich nicht so krass ausgestattet sind wie andere Staaten. Also da ist jetzt hier gerade keiner der G7-Staaten dabei. Ja. Oh, und Parsec hatte doch auch noch eine Frage an dich. Stimmt. Dann hau mal raus. Ich mach mal, ich mach mal, äh, langsamer, aber lass hier weiterlaufen, weil wir müssen ja, ich, äh, kümmer mich so ein bisschen nebenbei um die Diplomatie. Ich frage wieder nach Ressourcen und AP und du kannst fragen. Ich bin auch sehr gespannt, was du Romy fragen wolltest. Ich bin total gespannt, ob ich eine Antwort finde. Oh. Okay. Ähm. Nee, ist noch nicht da. Pasik fragt im Chat gerade, wieso einige Sachen auch in der Demokratie geheim entschieden werden oder dass bestimmte Ausschüsse nicht, nicht öffentlich sind. Ähm. Und er fragt, ob das, ähm, ob das nur bei uns so ist oder auch in allen anderen Nationen. Puh, das ist so einfach gar nicht zu beantworten. Die, die eine, die eine, ich würde es mal mit, mit zwei Perspektiven beleuchten, die, äh, mehr oder weniger immer so ein bisschen im Widerstreit sind. Und da findet, äh, jede Generation möglicherweise auch eine, eine andere Antwort. Ähm. Und das hat nicht mal unbedingt was damit zu tun, ähm, dass es ja quasi zu, zu einer Demokratie gehört, dass alles öffentlich ist. Ähm. Und das ist auch längst nicht, äh, längst nicht immer so. Ich meine, äh, in der Demokratie gibt es erst seit kurzer Zeit das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und dann auch diese Informationsfreiheitsgesetze. Das ist ja auch eine Sache, die relativ neu ist, dass man sowas abfragen kann. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Ich wollte nicht im Redefluss, weil ich bin auch neugierig, wie du das erklären wirst. Ich, ne, ich weiß gar nicht, ob ich es erkläre, ob ich das erklären kann, sondern eigentlich werde ich wahrscheinlich eher, äh, neue Fragen aufwerfen. Aber ich hoffe, das ist trotzdem eine adäquate Antwort. Ähm, die eine, die eine Perspektive darauf ist, dass man manchmal, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, so gut begründet, wie sie auch fachlich dann im Idealfall sind, dass es manchmal auch wichtig ist, Sachen vertraulich zu besprechen. Dass die Sachen nicht sofort, solange sie noch nicht ausgekaspert sind, solange das noch in einem Prozess ist, in einem Fluss ist, dass das nicht direkt raus an die Öffentlichkeit geht. Weil dann gehen vielleicht wichtige Elemente dieses Gesprächs einfach verloren. Oder manchmal braucht es mehrere Diskussionsrunden und mehrere Partner, die man mit einbezieht, um bis zu einem Ergebnis zu kommen. Das falsche Wort im falschen Medium zur falschen Zeit kann diesen kompletten Prozess einfach auch kaputt machen. Ähm, dann, also das ist so eine, eine Perspektive, dass man Sachen erst dann an die Öffentlichkeit gibt, wenn sie tatsächlich ausgegoren sind. Es kommt aber auch auf die Fragen an, die wir stellen. Das ist der zweite Teil, warum ich sage, die Frage kann ich so einfach nicht beantworten. Es macht einen Unterschied, ob wir beispielsweise über einen Parlamentsausschuss sprechen, der sich mit Geheimdiensten beschäftigt. Da ist halt einfach mal das Wort geheim davor. Da geht es um nationale Sicherheit und auch da finde ich es völlig in Ordnung, wenn bestimmte Dinge nicht immer sofort an die Öffentlichkeit geraten. Sondern, ähm, dazu brauche ich Vertrauen in das demokratische System an sich und in die Politikerinnen und Politiker, die dort drin sitzen, dass sie trotzdem ihre parlamentarischen Kontrollrechte nutzen und dass sie Nachfragen an den richtigen stellen. Das mag von außen intransparent wirken und das ist es sicherlich auch, ähm, zu einem gewissen Grade. Aber dafür braucht es gute Mechanismen. Das heißt, die Gesetze müssen gut gemacht werden, die Institutionen müssen gut ausgestattet sein. Es muss Sicherheit darüber geben, dass die Geheimdienste irgendwie kein Eigenleben entwickeln. Also es sind ganz, ganz viele Fußnoten, die ich dort an der Stelle, zum Beispiel bei Geheimdienstausschüssen mit dran packen würde. Dann haben wir, ähm, manchmal auch eine ganz praktische Umsetzungsfrage. Ähm, da hat einfach bisher noch keiner dran gedacht. Wenn man, äh, der Deutsche Bundestag, äh, beispielsweise, die haben halt die Parlamentsdebatten auch schon seit vielen Jahren öffentlich. Aber dass diese Ausschüsse so wichtig sind, das hat einfach auch gedauert, bis man dann an den Punkt gekommen ist, zu sagen, ja, das machen wir. Inzwischen ist aber auch die mediale Ausstattung da. Und das konnten wir im alten Bundestag in Bonn, hat das einfach nicht funktioniert. Wir hatten nicht so diesen direkten Zugang zur Information. Es war viel, viel schwieriger, an Information zu kommen. Man kannte sich aber vielleicht auch, da war vielleicht die Bonner Republik auch anders. Jetzt ist noch der Politikprozess viel, viel komplexer geworden, weswegen es notwendig ist, dass es Kontrollmechanismen gibt. Und weswegen es notwendig ist, dass es transparent wird. Egal, ob wir da über einen, äh, die Diskussion über ein Lobbyregister sprechen, ob wir über das Informationsfreiheitsgesetz sprechen oder, oder, oder. Das fängt ja schon bei Kleinigkeiten an. Da brauchen wir überhaupt nicht über die Öffentlichkeit von Ausschüssen reden. Es ist super mühsam, ähm, unterschiedliche Entscheidungsvorlagen nachvollziehen zu können. Das kann man jetzt gerade bei der Corona-Geschichte total gut beobachten. Man hat so viele Entscheidungen auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, die sich dann irgendwie wieder auswirken. Ähm, das alles transparent verfolgbar zu machen, ist für den Staat gar nicht so einfach. Aber für mich als Bürgerinnen und Bürger ja irgendwie auch nicht oder als Einwohner. Und da sind einfach so viele Einzelfragen, über die wir ganze Bücher schreiben könnten. Weswegen ich dir die Frage, warum eigentlich in der Demokratie das nicht alles öffentlich und transparent ist, so einfach nicht beantworten kann. Ja. Ich hab ein bisschen weiter ausgeholt und, ähm, wir können da wahrscheinlich noch mehr Beispiele finden. Ja, und, äh, eine Sache, die Pasek auch, äh, zwischendrin schreibt, Öffentlichkeit verhindert also teilweise Argumente. Ähm, von der Seite, äh, verhindert Öffentlichkeit, kann, äh, Öffentlichkeit Argumente verhindern, indem du, äh, vielleicht brauchst du auch mal mit deinem politischen Gegner, äh, einen geschützten Raum, wo es nicht immer darum geht, äh, wir müssen unsere Parteilinie halten. Wir müssen, äh, äh, wir müssen darauf achten, was demnächst in der Zeitung steht, sondern auch mal eine Positionsbestimmung zu haben, okay, was ist Verhandlungsmasse und was nicht? Was ist möglich als Kompromiss und was nicht? Dass man auf so einer Ebene, äh, miteinander spricht, das ist, das funktioniert ja in unserem politischen System nicht, wenn jeder sofort daran denkt, das, was ich jetzt sage, steht morgen in der Zeitung zu diesem Punkt, vielleicht wird das eine ganz große Nummer und dann taktiert jeder für sich. Ich glaube, das meintest du, Romy, also geschützter Raum, um Sondierungen zu haben. Genau, das ist ein Element davon, zumal wir ja auch in einem, äh, in einem politischen System mit einer sehr großen vertikalen und horizontalen Machtverteilung leben. Das, das betrifft sowohl Parteien, das betrifft aber eben auch die, äh, die Landesparlamente, die Landesregierung, also diese, diesen Bereich. Und es muss den Zeit, Zeit und Raum geben, dass man sich immer noch mal rückversichern kann. Weil wenn wir das nicht haben, passiert genau das, was, äh, häufig irgendwie dann in irgendwelchen Überschriften steht oder gerne am Stammtisch gesagt wird, keine Ahnung, ähm, Angela Merkel hat uns den Laden dicht gemacht. Das ist doch Quatsch. Ähm, aber das ist halt das, was hängen bleibt. Was aber viel transparenter sein müsste, ist, was eigentlich für ein Austauschprozess dahinter ist. Das wäre für mich viel essentieller, dass ich weiß, das gibt diesen Prozess. Mir geht's gar nicht unbedingt darum, dass ich jede Entscheidungsvorlage sehen will. Mir geht's auch überhaupt nicht darum, ähm, dass ich mir jede Ausschuss... Sitzung läuft jeden Vormittag für nix, also ich gucke mir relativ viele Bundestagsdebatten an, es kommt, oder manchmal auch im Landtag, äh, am Stream. Aber mir geht's darum, dass es diese Prozesse an sich transparent gibt. Und, ähm, ansonsten wäre vielleicht nur noch ein Punkt, dann komme ich auch zum Ende. Ja, Passi, du hast da wirklich ein, äh, ein großes Thema angeschnitten. Ein anderer Punkt, den ich, ähm, noch mit einbringen wollen würde, ist das ja auch die Frage, wenn Sachen noch nicht ausgegoren sind und vielleicht irgendwie jemand nur was aufschnappt oder so einen Halbsatz weitergibt, hat man auch nicht mehr Kontrolle über die Botschaft, die nach außen geht. Und die Botschaft ist im politischen Geschäft einfach genauso wichtig, egal ob die Botschaft nach innen oder ob die Botschaft in die Gesellschaft hinein. Und, ähm, gutes Beispiel vielleicht heute, Schlagzeile bei irgendeinem Nachricht, ich weiß nicht mehr, aber es war auf jeden Fall einer bei den, äh, bei einer der privaten, Redeverbot im öffentlichen Nahverkehr. Das war quasi die, die Überschrift, die, und die, das, das Einleitende, das waren die einleitenden Worte. Und erst hinten raus wurde klar, dass es natürlich überhaupt nicht um ein Redeverbot geht und dass die ganze Debatte eigentlich eine ganz andere ist. Wenn du aber Sachen nicht ausgegoren hast, sondern nur so stückchenweise rausgibst, kommt dann halt so ein Quatsch raus. Und dann sind wir bei einem klassischen Kommunikationsding. Es gibt eine Information, es gibt eine Mitteilung, wie auch immer die Form ist, ob das jetzt ein Tweet ist, ob das ein Clubhouse-Talk ist oder was auch immer. Ähm, und dann gibt's die Leute, die sie aufnehmen. Und auf diesen Ebenen kann ganz viel schiefgehen. Und dass Leute, keine Ahnung, ähm, heute über Bodo Rammel hergefallen sind, weil der Candy Crush gespielt hat, oder weil er Angela Merkel so bezeichnet hat, wie er sie bezeichnet hat, ähm, da hat jeder auf ein anderes Element reagiert in dieser Mitteilung. Und das ist halt Kacke. Da werden auf einmal Debatten geführt, die an der Stelle nicht weiterhelfen. Weil man da wieder emotional angeträgert wird mit Überschriften oder mit Hypesätzen. Entschuldigung, jetzt musste ich kurz grundsätzlicher werden. Nein, ich find das gut. Wir haben wieder so ein Problem, ähm, das wir schon mal hatten. Es wiederholt sich also. Ähm. Ja, äh, Zusammenfassung im Chat. Auf Deutsch, es geht nicht besser, weil die Leute geil auf blödsinnige Ansagen sind, anstatt auf Fakten, Details. Heißt, so kann man das auch sehen, ist... Wäre mir zu einfach. Wäre mir auch zu einfach. Es ist einfach, es ist, es ist verdammt komplex. Also Politik ist komplex und Gesellschaft ist komplex. Und na klar macht es das manchmal auch leichter, Sachen so runter zu dampfen und zu versuchen, in einem geführten Wahlwerbespot zu bringen. Aber es gibt einfach Situationen in der politischen Debatte, wo ich mir tatsächlich manchmal mehr inhaltlichen Austausch wünschen würde, als Überschriften. Aber das ist einfach mein Wunsch. Aber da bin ich vielleicht auch zu sehr Politikwissenschaftlerin. Da kann und will ich nicht für andere sprechen, welchen Bedarf die haben. Ja. So, wir müssen uns jetzt dem Tod eines umstrittenen Politikers wendern. Das ist so ein Ereignis, das würde ich gerne noch weghaben. Und ich komme aus diesem Dilemma auch nicht raus, um zu speichern, weil wir wollten um diese Uhrzeit auch langsam mal Feierabend machen, hatten Romeo und ich uns so besprochen. Deswegen lese ich das jetzt mal kurz vor. Tod eines umstrittenen Politikers. Eine der kontroversen Figuren unserer politischen Szene ist kürzlich verstorben. Er war ein prominenter Regierungsgegner, aber gleichzeitig auch ein Patriot mit einer großen Gruppe loyaler Anhänger. Sie wollen, dass er ein offizielles Staatsbegräbnis erhält. Eine ebenso große Gruppe ist allerdings dagegen, ihm diese Ehre zu erweisen. Wir halten all unsere Patrioten in Ehre, egal welche politischen Ansichten sie haben. Er war der Feind des Staates. Das Letzte, was wir brauchen, ist ein Schrein zu seinem Gedenken. Ich hätte jetzt gerne gewusst, was er denn war. Ja, genau. Und ich glaube, da sind wir das letzte Mal auch dran gescheitert. Weil da steht ja nur Regierungsgegner. Also nur, weil denen nicht gefällt, was wir als Regierung tun. Himmel, Herrgott, wo kommen wir denn dahin? Wir sind eine Demokratie. Wenn er jetzt versuchen würde, uns zu entmachten oder, keine Ahnung, sich auf eine Bühne stellen würde und sagt, Leute, jetzt stimmt das Parlament, dann würde ich jetzt nochmal anders drüber nachdenken, ob diese Person ein Staatsbegräbnis verdient hat. Aber ich finde, man sollte Staaten und ihre Regierungen nicht miteinander verwechseln. Ja, wir halten all unsere Patrioten in Ehre, egal welche politischen Ansichten. Wenn ich das klicke, gibt es oppositionelle Partei, also die Parteien, die was dagegen haben, sind rechts außen und Mitte rechts. Und bei dem anderen ist es, die links außen und Mitte links hat was dagegen. Ja, also ich finde es halt schade, dass wir dann gleich wieder in dieser Rechts-Links-Debatte sind. Das ist völlig absurd. Also, aber gut, das ist das Spiel und leider Gottes auch quasi die Vorstellungskraft von vielen Leuten, die sich mit diesem, ja, sie vielleicht auch nicht auseinandersetzen. Also ich bin dafür, ihn in Ehre zu halten, weil er ist maximal ein Regierungsgegner gewesen. Er hat nicht versucht, irgendwie den Staat zu umstürzen. Mir ist er ja schlussendlich, was der privat für eine politische Ansicht hat, solange, weil alles andere, alles, was du nicht rechtlich kodifizieren kannst, lebt immer eins zur Debatte und es wird immer wem geben, dem es nicht gefällt. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Damit muss man dann halt auch leben. Aber ihn als Feind des Staates zu bezeichnen, finde ich an der Stelle einfach zu überzogen. Ja. Weil ist er nicht. Finde ich auch. So, wähle ich das aus und jetzt haben wir noch zwei Tage, bis die nationalen Wassergesellschaften fertig sind. Jetzt sind sie fertig. Ach, Pause. Pause. Und jetzt würde ich, bevor irgendwas hier passiert, Gesellschaft, schwimmende Stadt bauen. Wir haben die Ressourcen. Wir haben das Projekt erforscht. Ich weiß nicht. Äh, genau. 2000 Aktionspunkte bauen. Und damit wird das Ding gebaut. Und das ist doch auch ein schöner Abschluss, finde ich. Wir haben noch einen Projektplatz. Wir haben noch einen Projektplatz frei. Ähm. Den sollten wir vielleicht. Na, aber das kann ich mir merken. Beziehungsweise das werde ich, das wird mir auffallen, wenn ich hier, äh, an dieser Stelle die Sache wieder aufgreife. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, wir machen für heute den, äh, Sack zu. Also, liebe Menschen. Morgen gibt es, wie immer, Mittwochs, Stellaris, Orcs in Space. Würde ich mich freuen, wenn er auch vorbeikommt. Ich bin, äh, sehr weit. Ich glaube, das Endgame steht kurz bevor. Es geht auf und ab. Äh, wir haben unsere Nachbarn bezwungen. Es ist auf jeden Fall interessant, wie sich die politische Situation, aber auch die militärische, äh, Situation entwickelt hat. Ähm. Ähm, ich stelle es häufig auf sehr, sehr schnell, weil ich auch endlich zur, äh, ins Endgame kommen will. Für mich ist es ja neu, mein erstes Playthrough. Und, äh, deswegen kommt morgen gerne vorbei. Ich glaube, wir sind nicht mehr viele Streams vom Ende entfernt. Ich bin gespannt, wie Stellaris ausgeht. Und bitte keine Spoiler. Dann am Wochenende, am Sonntag gibt es, am Sonntag um 16 Uhr gibt es den nächsten Plötzlich Wissen-Stream. Wieder mit dem Spiel Beyond Blue. Da spielen wir weiter und mit Inga und mit Julian. Und wir machen wieder ein Experiment. Und, äh, ja, Sonntagnachmittag 16 Uhr gibt es den nächsten Plötzlich Wissen-Stream. Würde ich mich freuen, wenn man vorbeikommt. Auf dem anderen Kanal twitch.tv slash plötzlichwissen mit OE alles zusammengeschrieben. Äh, und nächste Woche Dienstag gibt es wieder die Dienstagspolitik mit Romy und was anderem als RealPolitics2. Und ich werde RealPolitics2 hier weiterspielen. unter der gelegentlichen Beteiligung von Romy das als YouTube folgen. Ja, das, äh, war es von mir. Äh, und wie immer in der Dienstagspolitik hat Romy das letzte Wort. Ja, danke, danke für den, für die schöne, letzte Runde RealPolitics in, in so eine Dienstagspolitik. So zwischendurch habe ich gedacht, es zieht sich immer ein bisschen, aber heute, ähm, dank des Chats und dank dir hat sich das alles sehr kurzweilig angefühlt. Ein bisschen Wehmut ist bei mir schon dabei. Ich freue mich, wenn wir es, ähm, nochmal für YouTube, ähm, weiterspielen. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich danke für die Fragen, auch wenn ich zwischendurch ein bisschen weiter ausgeholt habe. Ähm, das nächste Mal neues Spiel, neues Glück. Ich freue mich drauf und, äh, schlaft alle gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.